So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich sammle Katzenfutter. Also wer auf die chloreiche Idee kam, der gehört auch an Schlagung. Luca meinte, wir sollten in Dirty landen. Ich hoffe, er weiß wirklich, wo alles ist. Wollen Luca wieder 800 Kilometer zu spät? Jetzt kommt... Nein! Kitty braucht auch was. Ah, deshalb hat Luca auch den Katzen-Skin genommen. Wie gesagt, ich selber weiß gerade noch nicht, wo es ist, aber Luca meint, der weiß, wo es ist. Ich hoffe, er hat auch recht. Boah, diese 7 Uhr, ich feiere das so. Das ist mit der beste Hängekleider, den es gibt. Und ich mag diese Kleider eigentlich überhaupt nicht. So, ich fliege mal meinem Katzenfutter-Spezialisten hinterher. Ah, er hat echt das Katzenfutter gefunden. Also, in Dirty Dogs, da steht es rum. Da steht es rum. Zack, Nummer 1. Wo ist Nummer 2? Jetzt kommt. Ich weiß es noch nicht. Er guckt gerade wahrscheinlich erst. Also, nur auf der Map, um zu sehen, wo wir sind. Zack. Genau hier an den Containern. Da werden die das erste Katzenfutter finden. So, ich renne mal hier meiner hochintelligenten Katze hinterher. Ich glaube, er weiß es selber nicht. Ah, doch da. Da haben wir das zweite Katzenfutter. Und so easy ist die Aufgabe dann abgeschlossen für die Woche. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Ihr seht ja einfach hier an den Containern. Ihr werdet die schon finden. Also, die sind ja klar und deutlich zu sehen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit der Aufgabe. Waren ziemlich einfache, legendäre Aufgaben. Und in dem Sinne, haut rein. Und Like nicht vergessen. Abo nicht vergessen. Also, bis dann.